Tag auf Freunde der scharfen Klinge. Jo, hier soll es mal einen Kanalabdruck geben. Dabei kann ich auch gerne mal ein Messer auspacken, was mich erreicht hat. Das letzte seiner Art vorläufig, denn dieses Messer ist für die Serie billig oder günstig und die Serie werde ich höchstwahrscheinlich einstellen, weil so wie ich mir das gedacht habe, es macht mir einfach keinen Spaß, so wirklich, weil ich finde nicht so die Messer, die ich möchte, wollte ja eigentlich auch eigentlich gar nicht im Internet bestellen, diese Messer, sondern so in die Messergeschäfte gehen, Messerläden und da mal schauen, ob ich da was günstiges finde, was man euch zeigen kann. Maßlos geärgert über mich selber, habe ich mich bei den Sanremo, was ich vorgestellt habe, dass es da praktisch auch ein Design-Klau war, was ich nicht mitgekriegt habe. Habe mich da über mich selbst sehr geärgert. Aber nun gut, passiert. Ja und alles an Messer, die ich bis jetzt hier vorgestellt habe, waren entweder schon da, ja, ich wollte ja was Neues finden und ich habe einfach nicht die Zeit, in die Messerläden reinzugehen und mir das anzuschauen. Entweder bin ich krank oder ich habe so viel zu tun, bin auch gerade auch wieder erst von der Arbeit gekommen. Also die Serie wird auf jeden Fall entweder eingestellt oder es kommt nur noch ganz, ganz selten ein Video. Also da kommt noch eins mit. Ja, dann auch insgesamt, wie es mit meinem Messerkanal weiterlaufen soll, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Was auf jeden Fall noch kommt, ist ein Video zu diesem Messer. Ja, es kommt natürlich auch die dritte Verlosung zu meinem GWW und am Ende des Jahres, wie ich ja versprochen habe, dann nochmal die Verlosung und auch Fahrt zum Jahr für mich, des Gutscheins. Für ein Jahr wächst beider. Ja, das ist super. Nicht das Messer, was ich bestellt habe. Damit kann das auch direkt wieder zurückgehen. Ja, also das Video wird es dann doch nicht geben. Das geht direkt wieder zurück, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es mit dem Kanal weitergeht. Es kommt noch die dritte Gewinnausspielung zu meinem Langeweile-GWW auf jeden Fall noch. Es wird Ende des Jahres, ja, Ende Dezember, halt die Verlosung geben des Gutscheins von Messer und Co. Und ich habe noch ein oder zwei Videos, glaube ich, schon vorbereitet, die noch veröffentlicht werden. Und ob da noch weitere Videos erscheinen oder ob ich auch nur, wenn ich mir mein neues Messer kaufe, dazu dann ein Video kommt. Ja, ich weiß es nicht wirklich. Bei so einem Augenblick, ja, läuft hier nicht alles rund. Ich bin gespannt. Ich weiß selbst noch nicht, was ich tun werde. Auf jeden Fall, wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal. Aber ob das weiter so ist, wie vorher die ganze Zeit, eher nicht. Ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.